UNTERTITELUNG Ich mach mal nen Vorschlag 1-1-Betreuung Drei Wochen und bald Wo ist denn der Fernseher? Gibt's nicht Kein Strom, kein Internet Ein schöner Blutfluggang Ich hasse hier Weil ich mir so auszicke Darf ich nicht zur Mama? Das kannst du dir erinnern Hast du schon mal dein Echo gehört? Mama! Mama! Mama hasst mich Willst du mein Papa sein? Ich hab schon ne Familie, Benni Und du auch Ich hab manchmal richtig Angst vor ihr Ich kann es nicht mehr Verabschieden sie sich wenigstens von ihrer Tochter F*** dich! Ich verliere die nötige Distanz Wie ist das jetzt ihr Ernst? Diesmal was es klappt Je älter du bist, desto beschissener werden die Maßnahmen Ich hab die Maßnahmen für dich Keine Sorge, dass ich Sicherheitsglas Er erzählt... Wie heiß ich? Ekelmaßmensch Schmeine Ekelmaßmensch Wie heißt es, er wird auf... Wie heißt es, er wird auf... Wie heißt es, er wird auf... Wie heißt es, der wir jetzt nicht in der Reihe